Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir wollen uns hier einen Schatz holen, der sich in diesem Tor befindet. So. Ihr seid wachen unglaublich. Okay, der Neustart vom Spiel scheint gewirkt zu haben. Wir kriegen jetzt nicht mehr dauernd angezeigt. Uh, das wird knallen. Das wird hier eine Quest. Hihihi, Ratten. Alter, seid ihr dämlich. Ui, er ist ein Sperr, aber weggeschmissen. Ich habe die Fährte verloren. Hi. Boom. Wer? Du. Ja, okay. Da ist mein Schatz. Haben wir jetzt sonst noch was? Da ist auch noch was. Aber das ist der große Schatz hier drin. Wo ist das gemein? Kann man sich den nur angucken? Ach, Leute. Jetzt wählt es aber. Okay, wartet mal. Ah. 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 So. Hier haben wir noch eine kleine Truhe. Nehmen wir natürlich auch mit. Wenn wir schon mal hier sind, hier haben wir ein paar liegen. Nehmen wir die auch mit. So. Oh, da sind wir. Karte. Ach komm, nehmen wir die kleine Truhe auch noch mit, dann haben wir hier alles. Dann ist ja alles. Haben wir hier alles eingesammelt. Rabe, den wollte ich auch gar nicht. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ich will die HPRG. So, haben wir das auch mitgenommen. Wunderbar, dann gehen wir jetzt... Da hin. Komm kurz mal ein bisschen nach. Wir kürzen wir ein bisschen ab. Uh, hup. Teil der stumme Pfiff. Okay. Dann gucken wir... Ach, das ist auch schon wieder nach... Ich sollte mich vermummen. Na, das eigentlich war schon. Ups. Komm doch her. Oh, Mann. So. Aua. Wer schießt denn da? Ach. Halt nicht. Ach, das ist schon wieder... Ach, das ist schon wieder... Ah, verstehe. Der muss hier ganz raus. Ah. Wunderbar. Was wäre das? Dann kommt als nächstes das da. Mitten auf der Straße, okay. Wie ist denn das jetzt das? Oh. Au. Ha ha ha. 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 Was du nicht sagst. Mann. Zu mir, Brüder. Ach Gott, das ist doch lächerlich. Oh. Au. Du bist unser Silber. Ihr habt es uns genommen. Du bist unser Silber. Ihr habt es uns genommen. Wir müssen für die Kämpfen. Freund oder Feuer. Hilf uns Röntling. Wir werden nicht belohnen. her. Zack! Jetzt kommen wir runter von deinem Hohen Ross, Junge. Oh, das hier war sogar die Quest. Ich will die Karte, gib mir Silber. Sowohl die Karte als auch das Silber gehören mir. Ach komm, wir nehmen die Karte. Nimm das Silber und gib mir die Karte. Danke, Fremder. Eine Karte zu einem geheimen Eingang, wo der wohl hinführt. Okay. Wahrscheinlich ist das das hier. Warte mal, Inventar. Hier müssen wir jetzt irgendwo die Karte haben. Erstmal die ganzen... Meine Güte, okay. Dann haben wir noch ein paar Tätowierungen. Woran denn jetzt die Questgegenstände? Handelsgüter... Questgegenstände. Das ist die Karte. Ja, genau. In der Murmiliakum. Oder wie das heißt. Und das befindet sich da. Da wollte ich eigentlich... Oh, dann gehen wir da mal hin. Sollte Zeit. Passt. Wenn wir das gemacht haben, können wir danach das Kloster ausnehmen. Ach, so fühlt sich das doch besser an, wenn man wieder was schafft. Und nicht nur... Stundenlang sucht. Lassen wir uns in Ruhe. Danke. Oh, Schlüssel. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ah, toll. Unten sind wieder Ratten. Wunderbar. Oh, ist sogar ein... Willst du mich verarschen? Stell dich, du Feigling! Wie will der uns denn dann noch gesehen haben? Ah, egal. Diese halbe Portion. Topion. Pong. Auch kein Stück. Wä? Ah, warte mal. Wo ist der Schlüssel jetzt? Der Schatz ist da unten. Der Schlüssel ist... Okay. Hier haben wir einen Schlüssel. Wollte ich nur mal gucken? Wo der Weg in den Keller ist. Hier ist der Weg in den Keller. Ja, wunderbar. Ja, haben wir das auch. Die klägliche... Eine klägliche Sense haben wir... Okay. Ja, gut. Oh, was ist das? Dann gehen wir jetzt... Zu einem Kloster. Hier können wir irgendwo... Keinen Hafen hier, dass wir unser Schiff rufen können. Gut. Hier wird es da hin. Ach ja. Na, wo bleibt der Bär? Da ist er ja. So, erstmal über die Brücke und dann rechts abbiegen. Da ist er... Hmm. Hm... 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 So. Ist der, ist der gerade hier gespawnt? Er ist selber schuld. Hier ist so eine kleine Puh, egal. Ach, nö, jetzt geht das mal wieder los. Okay, ja, super. Sobald wir jetzt wieder irgendwas einsammeln, kommt hier wieder Reche. Sobald wir jetzt wieder loslegen. Sobald wir jetzt wieder loslegen. Da war die Deckung futsch. Hey, komm mal, komm her! Oh, toll. Gut, das heißt, ich werde nach dem Part das Spiel nochmal noch starten dürfen. Das ist doch schade. Umi's hofft hat es wieder. Er ist mit jedem Patch irgendein neuer, irgendwas anderes, was dann wieder irgendwas ist, was nicht so sein soll. Meine Güte. Wieso nimmst du das denn nicht mit, wenn du schon hier oben bist? Nein, Mann. Ja. 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 Bumm. Ja, das machen wir immer den Rest alles haben. Was du nicht sagst. Eieieiei. Ja, du bleibst ja auch genau dastehen. Aua. Okay, den hat's erwischt. So. So. Überraschung. Überraschung. Oh. Hallo? Ich brauche Hilfe. Alter. Sobald irgendwo einer rumliegt. sobald charts. Äh, oben? Wo bist du? Noch weiter oben? Wo kommen wir denn da hin? So, da. Ne, hier eigentlich. Guck mal. Oh, jetzt hängen wir hier. War ja klar. Es war ja klar. Gut, von hier nicht. Okay, dann gehen wir mal noch höher. Oh. 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 Was haben wir denn bekommen? Oh. 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 Was haben wir denn bekommen? Ah, hier was Neues. Was ist das für eine Brandbombe? Befestige einen Sprengsatz an deinem Gegner, der nach kurzer Verzögerung explodiert. Okay, könnte man vielleicht auch mal ... So, hier ist noch einer. Das war da drin. Ich brauche hier drüben Hilfe. Ah, da ist noch wieder da, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Da war vielleicht Ruhe. Da ist nur einer. Ist hier irgendwo noch einer? Zeig mir, was vor uns liegt. Da auf der Mauer. Da hinten auf der Mauer ist noch einer. Den holen wir uns auch noch. Da oben hat er sich versteckt. Immer noch nicht der letzte. Na egal, ich habe keine Lust. Na was? Noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht steht hier draußen irgendwo einer. Ich sehe auf die Stelle gerade keinen. Komm. Rückzug. Wir haben alle Schätze. Da steht noch einer. Ja. Selbst das waren nicht alle. Meine Güte war ich schlecht diesmal. Egal. 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 Dann einmal zurück zum Schiff. Und dann soll es das gewesen sein. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Erstmal bis dann und ciao. Jawohl. Dann bist du so.